So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Eigentlich habe ich für heute ein ganz anderes Video geplant gehabt, das werde ich wohl jetzt verschieben müssen, dass nicht so viel auf einmal kommt. Heute sind eigentlich noch zwei Videos geplant, aber es gibt ein neues Update, was ja schon länger angekündigt war, die Größen in Pokémon Go, XXL, XXS, irgendwas. Das hatten wir bei manchen Pokémon ja schon bisher wie Irbis oder so, dass man gesehen hat, deutlich, dieser Kürbis, der ist manchmal klein, der ist manchmal groß, der ist manchmal riesig. Ich wollte immer den fettesten, größten, krassesten haben, der hat mir am besten gefallen, weil der war halt wirklich ein Pfropfer. So, jetzt wirkt sich das Ganze aber auch auf andere Pokémon aus, auch andere Pokémon können verschiedene Größen haben. Nicht alle, so wie es aussieht, hier werden ein paar genannt und dafür gibt es auch extra Statistiken, extra Medaillen. Wer schon mal im Spiel war heute, dem wird das vielleicht aufgefallen sein, dass ihr da eine Medaille bekommen habt, dass ihr jetzt auch die sammeln könnt. Bei den Pokémon stehen auch jetzt bei den Größen dann immer Rekorde dran, wenn ihr das winzigste oder das kleinste oder das leichteste oder das größte oder das schwerste habt. Also, guckt mal uns einfach mal den Artikel an, was hier steht. 8. Dezember ist von gestern Abend. Neue Pokémon-Größen wurden in Pokémon Go entdeckt. Trainer, es ist Zeit, neue Maßstäbe zu setzen. Trainer haben kürzlich XXS-Pokémon und XXL-Pokémon entdeckt. Pokémon wie Pfiff, Pfiffjen, Magnajen und Flunkkiefer wurden in letzter Zeit in diesen Größen gesichtet. Auch euer Pokédex wurde bereits aktualisiert, damit die Größen der von euch gefangenen Pokémon erfasst werden. Ob es noch weitere Pokémon mit diesen bisher unentdeckten Größen gibt, haltet die Augen offen, Trainer. Werdet ihr diese seltenen Pokémon zu Gesicht bekommen und eure Pokédex-Einträge aktualisieren können? Let's go! Man kann ja so viel sammeln, wenn man mal in den Pokédex guckt. Man kann ja männlich sammeln, weiblich sammeln, shiny sammeln, lucky sammeln, was im Pokédex alles registriert ist. Jetzt kommen die Größen auch noch hinzu. Gibt es überhaupt jemanden, der den Gendardex sammelt? Also männlich-weiblich. Oder sagt ihr, ich fang eins, entwickle das durch, fertig bin ich mit dem Ding. Oder achtet ihr wirklich darauf, dass ihr ein männliches Mal entwickelt und auch ein weibliches entwickelt, damit das eben alles eingetragen ist und da keine freien Sachen sind. Färbt ihr den Hintergrund, indem ihr ein Lucky entwickelt? Das ist mir alles immer wichtig. Jetzt kommt das also auch noch hinzu. Komisch ist, dass hier halt nur drei Pokémon genannt werden. Fifien, Magnaien und Flunkhiefer. Weil Magnaien ist ja die Weiterentwicklung von Fifien. Pokémon mit neun Größen erscheinen in Pokémon Go. Trainer auf der ganzen Welt haben Pokémon in bisher unentdeckten Größen entdeckt. XXS und L bislang konnten diese bei den folgenden Pokémon beobachtet werden. Fifien, Magnaien, Flunkhiefer. Mit Glück könnt ihr sogar einem schillernden Exemplar begegnen. Heißt das jetzt, dass es gerade seit gestern Abend vermehrt Flunkhiefer in der Wildnis gibt? Auch als Shiny möglich. Und ihr XXL Bonbons für euer Flunkhiefer farmen könnt? Was dann mal eine Megaentwicklung bekommt und so weiter. Das wäre auf jeden Fall sehr nützlich. Ansonsten Fifien, Magnaien macht man glaube ich nicht wirklich sowas. Neue Animationen. Wenn ihr einem XXS oder L Pokémon begegnet, werdet ihr einen sichtbaren Unterschied feststellen. Ist aber irgendwie alles grau, also man sieht hier gerade nix. So, fehlt da was? Sollte da mal was hin? Sichtbare Größenunterschiede. S und L Pokémon sind bei Begegnungen oder als Kumpel-Pokémon auf der Karte deutlich kleiner oder größer als Pokémon mit den Normalgrößen. Das ist normal, das ist klein, das ist groß. Das ist jetzt der große gravierende Unterschied. Größen werden jetzt im Pokédex erfasst. Wird noch komplizierter. Wenn ihr mindestens drei Exemplare einer Pokémon-Art fangt, enthält euer Pokédex Daten zu den größten, kleinsten, schwersten und leichtesten Exemplaren, die ihr gefangen habt. Dann habt ihr hier also das von Gewicht aufgeteilt. Das ist das kleinste, was ihr je hattet. Das leichteste, das ist das schwerste. Das ist dann das kleinste und das ist das größte. Aber gut, das muss man jetzt nicht unbedingt ausfüllen. Das geht halt dann im Prinzip automatisch. Also eigentlich müsst ihr gar nicht weitermachen, außer fangen, 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 fangen. Alles aktualisiert sich automatisch. Ihr müsst hier nicht weiter drauf achten. Steht halt dann immer dabei. Ihr könnt ja bei euch mal reingucken, die Pokémon durchschauen, bei vielen steht das ja dran, direkt im Bild, wenn ihr es gefangen habt, also in eurem Pokémon-Beutel. Neue Benachrichtigungen für Rekorde. Wenn ihr XXS oder L-Pokémon oder kleinere XS bzw. größere XL-Pokémon als bisher fangt, wird eine neue Erfolgsmeldung für den Rekord angezeigt. Ihr müsst mindestens drei Exemplare einer Pokémon-Art fangen, um einen Rekord für diese aufzustellen. Fehlt wahrscheinlich auch wieder ein Bild, oder? Guck dir mal, hier ist ein Bild drin. Hier hätte bestimmt auch eins reingemusst. Und hier ist halt nichts. Aber das seht ihr ja, wenn ihr in euren Beutel schaut, mal ein Pokémon antippt, habe ich gestern auch gehabt, haben andere jetzt schon ein bisschen gepostet. Da steht halt ein neuer Rekord, kleinstes seiner Art. Und dann wisst ihr, ihr habt bisher keins, was kleiner ist. Das ist das Kleinste wirklich, was ihr bisher hattet. Ist jetzt nicht unbedingt was, was euch jetzt irgendwie was bringt, denke ich mal. Ist halt einfach nur wieder irgendeine Spielerei von der Yentec. Deswegen nehmt es einfach so mit, wie es ist. Wie findet ihr das? Freut ihr euch darauf, jetzt wenigstens noch ein paar, zwei Medaillen zu haben. Noch Medaillen zu sammeln, zu vervollständigen. Gerade bei den Level-Up-Aufgaben, wo man ja Pladin-Medaillen auch sammeln muss. Manche sind halt wirklich schwer zu vervollständigen und schwer zu erreichen. Hier wird ihr euch gefühlt jetzt, glaube ich, hinterher geworfen. Zwei verschiedene, die euch für die Level-Aufstiege noch helfen können. Ansonsten mal gucken, bei welchem Pokémon sich das noch alles ausübt. Und habt ihr schon Flunkkiefer gesehen? Erscheinen die jetzt also häufiger? Da steht das einfach nur dran und das hat gar keine Auswirkung. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.